Herzlich willkommen zu dem Streit-Podcast heute, vielleicht zumindest, wir werden es alle hören, und zwar dem Steuerfrei-Podcast. Und zwar sind wir die Steuererklärer. Heute erklären wir eher die Branche und die Eigenheiten der Branche, Steuerberatung, Steuercoaching und so weiter. Aber das mache ich natürlich nicht alleine. Alleine diskutieren wirkt erstens ein bisschen eigenartig und ist ein bisschen einseitig meistens. Deswegen ist an meiner Seite wieder Ken Kuyper. Herzlich willkommen. Hallo Melchior. Wir wollen heute über ein Thema diskutieren, was, ich würde mal sagen, in der Steuerberatung vielen Leuten sauer aufstößt und ehrlicherweise bei Unternehmen auch immer wieder. Ich würde es mal beschreiben mit Steuercoaches. Und ich habe in der Vorbesprechung ganz kurz schon gesagt, ich liebe das Thema, weil das so unfassbar viele Leute triggert. Wir betrachten das Thema einfach mal gemeinsam. Aber vielleicht, bevor wir das inhaltlich besprechen, magst du uns vielleicht einen Unterschied geben, was ist eigentlich ein Steuerberater oder ein Steuercoach oder ein Steuerexperte? Du darfst dich als Steuerberater nennen und ich schreibe über mich immer Steuerexperte. Warum bist du kein Experte und ich kein Berater? Ja, Steuerberater ist ja in Deutschland ein geschützter Beruf. Es gibt ein eigenes Gesetz dafür, das Steuerberatungsgesetz. Und das regelt eben sehr genau, wer Steuerberatungsdienstleistungen erbringen darf und wer nicht. Nämlich Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Und um Steuerberater zu werden, muss man nicht nur die Steuerberaterprüfung bestehen und auch als Steuerberater bestellt werden, so nennt man das. Das ist also so ein formeller berufsrechtlicher Akt. Du bekommst so eine Urkunde. Du unterliegst auch der berufsrechtlichen Aufsicht. Also alles, was ich tue, wird von der Kammer auch beobachtet, beziehungsweise ich muss mich eben berufsrechtskonform verhalten in allem, was ich tue. Man muss eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht wahren, die sehr, sehr streng ist und so weiter. Also du hast entsprechend viele Regelungen, die eben dazu dienen, den Mandanten, den Verbraucher am Ende des Tages auch zu beschützen. Und dieser Begriff der Steuerberatung, das meint eben konkret individuelle Einzelfallberatung. Also wenn du jetzt, Melchior, zu mir kommen würdest, du hättest eine Frage ganz konkret zu deinem Firmenwagen und würdest das gerne mal rechnen lassen wollen. Lohnt sich das Auto? Lohnt sich das für dich nicht? Das wäre eine konkret individuelle steuerliche Beratung, weil sie auf deinen einzelnen Fall gerichtet ist. Das ist auch das, was eben nur diesen Berufen nach dem Steuerberatungsgesetz vorenthalten ist. Also quasi die Beratung im Einzelfall und natürlich auch die Umsetzung von Gestaltungsmodellen, die Vertretung vor Finanzgerichten. Das sind auch alles Dinge, die Steuerberater machen dürfen. Also du darfst dann auch mit so einer Robe beim Finanzgericht erscheinen und darfst dann da eben verhandeln, so wie es ein Anwalt auch tun würde. Also Steuerberater und Anwalt kann man sagen, ist im Prinzip gleichgestellt. Nur der Anwalt darf alles machen, der Steuerberater darf halt nur Steuerrecht machen. Aber das ist im Prinzip eine spezialisierte Form. Also so kann man es vergleichen. Und ein Steuercoach, das ist eben jemand, der diese Qualifikation nicht hat, also der die Steuerberaterprüfung nicht gemacht hat, der auch nicht als Steuerberater zugelassen ist in Deutschland. Der darf keine steuerliche Beratung im Einzelfall machen. Also ein Steuercoach dürfte mit dir jetzt nicht konkret mit deinen Zahlen über deinen Firmenwagen sprechen. Was aber jeder in Deutschland machen darf, unabhängig davon, ob er als Steuerberater bestellt ist oder nicht, sind Informationsprodukte. Also Online-Kurse, Seminare, Coaching, soweit es eben Training ist. Also soweit es eben nicht individuelles Coaching ist, sondern eben eine Art Gruppencoaching. Also solche Sachen, wenn es wirklich nur um Informationen geht, die nicht auf den Einzelfall gerichtet ist, das darf jeder in Deutschland machen. Und dementsprechend kann sich auch jeder Steuercoach nennen und kann auch entsprechende Infoprodukte oder Seminare verkaufen. Aber es ist natürlich so, viele der Steuercoaches haben teilweise aus meiner Sicht sehr gutes Marketing, weil sie nämlich den Schmerz der Selbstständigen ganz gut triggern. Und deswegen gibt es auch immer Leute, die dort kaufen. Aber sie dürften theoretisch nur in einem Seminar stehen, dürften allgemein was erzählen. Und wenn dann jemand von den Selbstständigen eine Frage stellt, was in seinem konkreten Fall, denn besser wäre eine GmbH oder doch lieber ein Einzelunternehmen, dann müsste der Steuercoach dort passen und dürfte nur die allgemeinen Infos von sich geben und sagen, ihr müsst selber entscheiden, was sinnvoll ist oder euren Steuerberater suchen. Ich habe meine Zweifel, dass das überall so praktiziert wird. Ich glaube, dass viele Coaches auch individuelle Steuerberatungen machen, obwohl sie dazu nicht befugt sind. Das glaube ich schon, weil es teilweise auch so angepriesen wird in, ich sage mal, Masterminds mit fünf Personen. Da muss man schon sich die Frage stellen, wo ist das noch eine Informationsveranstaltung und wo ist das schon eine individuelle Beratung? Das kann man meines Erachtens durchaus in Zweifel ziehen. Aber Fakt ist, die Steuercoaches bedürfen keiner gesetzlich nachgewiesenen Qualifikation. Und deswegen bin ich bei dieser Personengruppe sehr, sehr skeptisch und frage mich, wenn man doch ach so toll im Steuerrecht ist, warum macht man dann nicht einfach die Steuerberaterprüfung? Aber dazu können wir vielleicht gleich auch noch kommen. Die haben nämlich einen interessanten Einwand, warum sie keine Steuerberater sind. Aber ich merke, mein Blutdruck steigt gerade schon wieder an. Also das ist für mich immer die Frage, wenn es doch so einfach ist, warum macht ihr nicht einfach die Steuerberaterprüfung? Und dann könnt ihr nämlich sowohl Seminare machen als auch Einzelfallberatung. Ja, ein Steuerexperte ist eigentlich auch ein nicht geschützter Begriff. Auch so kann sich jeder nennen. Aber er ist insofern, deswegen finde ich es gut, dass du ein Steuerexperte bist, Melchior. Er wirkt doch aus meiner Sicht noch etwas seriöser, als wenn irgendwo Coach draufsteht. Denn in Deutschland ist ja mittlerweile das Thema Coaching sehr verschrien, aus meiner Sicht auch zu Recht, weil es wirklich viele unseriöse Angebote gibt. Natürlich gibt es auch seriöse Coaching-Angebote, aber ich habe doch das Gefühl, dass sehr, sehr viele Leute, die eigentlich nichts drauf haben und auch nichts können, sich in der Coaching-Blase niederschlagen, weil es eben ein sehr skadierbares und simples Geschäftsmodell ist. Und ja, das ist aus meiner Sicht so ein bisschen der Grund, warum Steuerexperte wahrscheinlich für jemanden wie dich, der seriösen Content macht, keine Bauanfängerei betreibt und mit irgendwelchen komischen, teuren Produkten hier wirbt, dass Steuerexperte vielleicht noch ein bisschen seriöser wirkt als Steuercoach. Aber es ist so gesehen genauso ein allgemeingültiger Begriff. Kann sich also auch theoretisch jeder nennen. Genau, deswegen kann ich das aus meiner Perspektive, genau wie du sagst, es ist vor allen Dingen die Prüfung, es ist auch die Bestellung und so weiter. Ich kann ja kurz erwähnen, wie für mich die Welt ist und auch eben so ein kleines bisschen auch, was mein Geschäftsmodell eigentlich ist, weil klar, die meisten kennen mich jetzt auch irgendwie von YouTube-Videos und so und wie du sagst, das darf jeder. Egal, es darf auch wirklich jeder, egal, ob er sich mit Steuern auskennt oder nicht. Deswegen darf auch jeder und das gibt es auf YouTube auch immer wieder und ich finde es tatsächlich auch super spannend und hilfreich, ist, wenn Selbstständige von ihrer eigenen Erfahrung berichten. Weil tatsächlich so diese persönlichen Erfahrungsberichte, die sind, die helfen zumindest mir früher als Gründer, haben das auch extrem geholfen. Und natürlich ist das rechtlich jetzt, das ist natürlich auch keine Beratung, das ist ein Erfahrungsbericht. Und ich versuche auch ja Dinge steuerlich zu erklären und ich bin kein Berater. Der Grund ist, bei mir jetzt beispielsweise, es gibt ja, also es ist nicht nur so, dass man eine Prüfung ablegen muss, die man so einmalig macht, sondern braucht auch eine gewisse Anzahl an Berufsjahren, man braucht eine Vorausbildung und so weiter. So als Beispiel, ich habe eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten gemacht und danach muss man acht Jahre als Steuerfachangestellter arbeiten, bevor man überhaupt die Prüfung zum Steuerberater ablegen darf. Und das muss man auch dazu sagen, die Durchfallquote liegt immer so bei 50 bis 60 Prozent für die Steuerberaterprüfung. Was dann natürlich nicht erfasst ist, sind die Leute, die sich ein Jahr vorher vorgenommen haben, diese Prüfung zu schreiben, vielleicht Vorbereitungskurse, Seminare besucht haben, da schon irgendwie Tausende, Zehntausende Euro ausgegeben haben, die aber gar nicht sich erst zur Prüfung angemeldet haben und so weiter. Das heißt, die sind noch nicht mal in diesen 60 Prozent Durchfallquote mit drin. Deswegen kann man, glaube ich, ohne zu übertreiben, sagen von den Leuten, die gerne die Steuerberaterprüfung ablegen wollen, kriegen es vielleicht 20 bis 30 auch hin, erfolgreich. Und da muss man auch ehrlicherweise sagen, ich bin einfach zu doof dafür. Nein, der Grund ist, wir hatten in der Vorbesprechung kurz darüber gesprochen, es ist halt, was du sagst, es ist diese Eins-zu-eins-Beratung, und das ist das, was ein Steuerberater macht. Ich muss sagen, ich habe früher in einer Kleinkanzlei gearbeitet, danach habe ich bei KPMG gearbeitet, das heißt, ich habe auch immer da gearbeitet, und was ich sehr faszinierend immer fand, ist, ich würde mal sagen, skalierbare Lösungen, was ganz häufig Softwareangebote sind. Das heißt, einfach eine Steuersoftware oder halt tatsächlich auch Informationsangebote, also so YouTube-Videos oder ein Buch oder sowas, weil ich das Gefühl hatte, dass da der Hebel für mich persönlich größer ist, wenn ich ein Video mache, wo ich, keine Ahnung, das Reverse-Charge-Verfahren sinnvoll erkläre, und das gucken sich dann 20.000 Leute an, dann ist das etwas, was ich, also das erfüllt einfach mich und meinen Wesenszügen sehr, sehr, sehr viel mehr, als wenn ich 100 Einzelgespräche führe, denen jetzt erzählt habe, ey, bitte auf der Rechnung keine Umsatzsteuer ausweisen, weil es ist ein Reverse-Charge, und deswegen ist der Ort der Leistung, bla, 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 ist nicht meins. Und vor allen Dingen war ich in den letzten Jahren einfach immer in der Software-Branche unterwegs und habe quasi da mitgewirkt, daran Steuersoftware und Buchhaltungssoftware zu entwickeln. Und es ist nicht nur so, dass man da keinen Titel braucht, sondern man, das kannst du mir vielleicht nochmal beantworten, wie viel, also ich muss auch als Steuerberater arbeiten, um Steuerberater dauerhaft zu sein. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich bin theoretisch bestellt und mach nie wieder was, keine 1-zu-1-Beratung. Das ist am Ende ja auch, ich habe keine Ahnung, wie lange darf man denn Steuerberater sein, ohne als Steuerberater aktiv zu sein? Ja, theoretisch geht das schon. Also ich sage mal, wenn du bestellt bist, wie viele Mandate du dann annimmst und wie viel du dann berätst, das obliegt dir dann schon selber. Also das ist jetzt nicht wie bei den Wirtschaftsprüfern. Bei den Wirtschaftsprüfern gibt es, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber es fürs Versorgungswerk zumindest und so, also es gibt schon Punkte, wo es schwieriger wird, wenn man nur bestellt ist und nie was tut. Ja, das ist auch nicht sinnvoll. Ich weiß, also nach meiner Kenntnis gibt es keine Mindestzahl, du bist da doch relativ frei. Aber der Punkt ist, wenn du Steuerberater bist, du hast doch einige, ich sage mal Regelungen, die einen ein bisschen einschränken, aufgrund des Verbraucherschutzes. Also du darfst als Steuerberater beispielsweise nicht gewerblich tätig sein, eigentlich nicht. Das gibt Ausnahmen davon. Man kann sich da befreien lassen. Aber der Gedanke ist, ein Steuerberater soll beispielsweise nicht seinen Mandanten noch Versicherungen verkaufen. Weil dann könnte er ja sein Vertrauensverhältnis, das er aufgrund der Steuerberatung hat und auch die Informationen, die er über den Mandanten kennt, missbrauchen, um ihm irgendwelche Produkte zu verkaufen, die vielleicht eine gute Provision versprechen. Also um solche Sachen geht es. Also das Steuerberatungsgesetz hat viel, viel Verbraucherschutz drin. Genau, da sagst du ja auch Versicherung. Was aber auch dazu gehört, ist tatsächlich auch YouTube-Videos. Weil generell ist Content-Creator-Dasein mit AdSense-Einnahmen und Werbe-Placements und solche Sachen ist auch eine gewerbliche Tätigkeit. Das ist gerne Einladung mal an alle von euch. Es gibt ja ein paar YouTube-Kanäle, die Steuern, Steuer-Content veröffentlichen. Guckt da mal ins Impressum rein. Das ist auch bei den Steuerberatern, steht da nicht die Steuerberatungsgesellschaft. Weil es ein anderer, die haben meistens eine andere Gesellschaft, da ist meistens der Steuerberater auch nicht in der Geschäftsführung, weil genau da gibt es lauter Limitierungen, was man dann plötzlich nicht darf, wenn man das ist. Und das ist jetzt für mich persönlich einfach der Fall gewesen, dass ich gesagt habe, ich mag Software entwickeln, ich mag den Content produzieren und so weiter. Das ist einfach der liebere Weg. Und es ist nicht so, dass ich gefühlt mir jedes Jahr Gedanken mache, vielleicht mache ich dann doch die Prüfung. Aber es ist halt faktisch so, ich möchte gar nicht als Berater arbeiten. Ich bringe theoretisch bis auf die Prüfung aber alle auch Berufsjahre und Vorqualifikationen und so weiter alles mit. Aber für bei mir war es jetzt ganz konkret, einfach eine Entscheidung zu sagen, das ist halt einfach gar nicht das, was ich machen will. Und inzwischen ist es sogar so, dass man als Nicht-Steuerberater sich an Kanzleien beteiligen kann. Deswegen, wenn ich sage und sage, ich habe eine Kanzlei mitgegründet oder mir gehört eine Kanzlei und so weiter, dann sind das alles richtige Aussagen. Aber genau, das ist halt, es ist nicht nur ein, mit Steuerberater darf man viel, viel mehr, sondern man hat auch auf der anderen Seite eine ganze Reihe an mehr Verpflichtungen und wenn man die nicht haben möchte, dann muss man sich das halt überlegen. Das ist jetzt mein spezieller Fall und das ist vielleicht aber auch nochmal wichtig zu differenzieren oder jetzt auch nicht generell. Auf der anderen Seite kann ich jetzt rausgehen und jedem erzählen, das und das und das darf man machen. Und ihr könnt mich alle für die Fehler, die ich in Videos erzähle oder wenn ich euch erzähle, dass ihr nur das und das machen müsst, dass ihr ohne Probleme 50% auch einfach euch in Cash bezahlen müsst und wenn ihr keine Rechnung schreibt, müsst ihr keine Steuern bezahlen und ihr macht das. Kann ich mich hinstellen und sagen, na schön doof, dass du auf dem Video hörst, was da im Internet veröffentlicht wurde, ist ja nicht meine Schuld. Ich habe das ja nur gemacht. Also es gibt beim Berater, und da sagst du, magst du vielleicht auch nochmal was dazu sagen, es gibt ja auch eine Haftpflichtversicherung, die im Falle von einer falschen Beratung oder die das sicherstellt, dass da richtig beraten wird oder im Falle von Schäden einspringt. Und das ist bei allen, die sich irgendwie nennen, aber keine Steuerberater sind, einfach nicht der Fall. Das heißt, da kann theoretisch die Person alles behaupten, aber die können nie zur Verantwortung bezogen werden für die Behauptung, die sie da aufstellen. Ja, also ein Steuerberater, ich meine, wenn ich jetzt so ein Seminar hier mache, das ist auch, oder so ein Podcast-Format, das ist ja auch keine konkret individuelle Einzelfallberatung. Und ich sage ja auch immer, grundsätzlich, und man muss es im Einzelfall prüfen und so weiter, also alles, was ich hier sage, ist so allgemeingültig, dass sich da am Ende mit Sicherheit auch keiner drauf berufen kann, weil ich ja immer auch sage, ihr müsst das im Einzelfall gucken. Aber wenn dann jemand mich anruft und fragt dann mich in seinem konkreten Fall, dann muss ich natürlich für die Aufnahmen, die ich dort treffe, auch haften. Und dafür gibt es auch eine gesetzliche Haftpflichtversicherung, also ich muss mich auch dagegen versichern, auf mindestens 250.000 Euro. Ich habe das auf eine Million Euro angehoben für einen Einzelsteuerberater. Wenn du eine Gesellschaft hast, dann versichern sich viele sogar auf vier Millionen Euro pro Schadensfall, aus gesetzlichen Gründen. Also das ist schon, ja, da wird schon Verantwortung übernommen und von daher ist das auch eine gute Dienstleistung. Was mich interessieren würde, oder worüber ich gerne noch sprechen würde, ist so ein bisschen dieses Thema, warum haben diese Steuercoaches, die ja keine Steuerberater sind, warum haben die überhaupt so viel Erfolg? Weil das ist ja die Frage, warum soll ich eigentlich zu einem Steuercoach gehen, der mir jetzt vielleicht in einer Werbeanzeige auf Instagram angezeigt wird, warum spreche ich nicht mit meinem eigenen Steuerberater? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist vor allem, ich will nicht mal sagen, gutes Marketing vom Coach. Ich glaube, es spielen zwei Aspekte mit rein. Erstens, das Thema Steuern ist wahnsinnig, bei ganz, ganz vielen wahnsinnig Angst behaftet von ganz, ganz vielen in Deutschland. Ich will jetzt nicht sagen zu Recht, ich glaube, die Angst ist größer, als sie sein müsste, aber wir lernen das nicht. Wir haben null Vorbildung über das ganze Thema Steuern. Das heißt, grundsätzlich ist derjenige, der durch Instagram scrollt, in der Regel hat die Person keine Ahnung von Steuern, weil das ist einfach der Regelfall, dass Leute in Deutschland keine Ahnung haben von Steuern, weil das nirgendwo in unserem Bildungssystem jemals irgendwie thematisiert wird. Und dann der zweite Aspekt, der da mit rein spielt, ist, Steuerberater sind so unfassbar schlecht, sich selbst zu präsentieren und zu kommunizieren. Das ist, es ist wirklich, es ist so ein bisschen so ein Running Gag fast. Die sind so schlecht in der Außenwirkung und mit dem, wie sie nach draußen gehen und auch das ganze Thema vom Kunden aus zu denken. Also wenn ich als Mandant, also jeder, in jeder Branche überlegt sich ja, was möchte mein Kunde eigentlich und was muss ich ihm anbieten und versprechen, damit das für diesen Kunden attraktiv ist. Weil jeder weiß, dass wenn man die Bedürfnisse und die Wünsche der Kunden erfüllt, dann verkauft man seine Dienstleistung oder sein Produkt. Und so viele Steuerberater sind vollkommen gefangen in der Gesetzeslogik, wie sie arbeiten, dass sie dabei vollkommen die Bedürfnisse der Kunden beziehungsweise Mandanten aus den Augen verlieren. Sowohl in der täglichen Arbeit, aber dann natürlich auch in der Außenkommunikation. Und deswegen gibt es wirklich ganz, ganz wenige Steuerberater, Steuerkanzleien, die sich gut nach draußen verkaufen können. Und wenn die Coaches irgendwas können, fachlich eher nicht, dann ist aber das Verkaufen und mit dieser Angst zu spielen und mit dieser Hoffnung zu spielen oder sowas. Und das ist dann gleichzeitig auch auch so dieses Politik und der Staat und die da oben nehmen uns ständig so viel und sowas. Das sind so Trigger, die man so, also marketingtechnisch so gut bedienen kann, als jemand, der einigermaßen gewissenlos einfach nur etwas verkauft, was ja unterm Strich noch nicht mal, wo die Person nicht mal haftbar ist. Ich meine, jeder kennt ein paar Namen aus dem Kopf und man kann auch gar nicht alle aufzählen, aber so ein Düsseldorf Fischer, der ist halt einfach ein Genial im Marketing. Punkt aus. Kann man ihm gar nicht absprechen. Ob er gut im Steuerrecht ist? Ich weiß es nicht. Ich wüsste aber auch nicht, warum er sein sollte. Brauche aber auch nicht, um Coachings zu verkaufen. Ja, also ich sage mal, meine Erfahrung ist, ich habe mich ja mit einigen auch unterhalten, die an solchen Coachings teilnehmen und sowas, meine Erfahrung ist, dass das inhaltlich absoluter Müll ist und dass die meisten Sachen, die dort erzählt werden, auch nicht im Einzelfall umsetzbar sind. Also dann werden halt von mir aus zehn interessante Steuersparmöglichkeiten präsentiert, aber wer sagt denn, ob das in meinem Einzelfall überhaupt funktioniert? Ich habe ja vielleicht ganz andere Voraussetzungen. Weil du bist der Steuerberater, der einfach nicht unternehmerisch denkt. Du bist einfach nur Steuerabarbeiter, deswegen du verstehst das einfach nicht. Ja, das ist das, was man da meistens hört. Also ich sage mal, es gibt immer eine Toolbox mit Dingen, die man machen kann, aber von den 100 Tools, die du hast, passen dann auf jeden Mandanten vielleicht fünf oder zehn Tools wirklich gut drauf und das sind immer andere. Und das muss man sich halt im Einzelfall angucken, was macht Sinn, was macht nicht Sinn. Und das kriegst du aber in so einem Seminarkontext nicht hin. Also und viele Sachen, die da erzählt werden, stimmen dann auch einfach nicht. Also da werden irgendwelche Modelle angepriesen, keine Ahnung, Firmenwagen ohne Ein-Prozent-Methode fahren, wo ich sage, das ist einfach, was die da schreiben, in der Praxis nicht umsetzbar. Punkt, Ende, aus. Das ist nicht umsetzbar. Also ich will jetzt nicht im Detail darauf eingehen, was das für Modelle sind und warum sie nicht funktionieren, aber ein Lieblingsbeispiel vielleicht, um das als Beispiel zu nehmen, das ist glaube ich heute nicht mehr so, also es wird gefühlt sich ja auch jedes Jahr was Neues ausgedacht, aber es war über lange Zeit waren Auslandsgesellschaften. In Zypern zahlt man ganz wenig Steuern, also musst du eine Gesellschaft in Zypern gründen. Ja. Und den Fakt, dass man dann auch nach Zypern ziehen muss, der wird halt dann weggelassen. Das heißt, wenn man sich als Deutscher, also als Deutscher Selbstständiger im Sitz in Deutschland eine Zyperngesellschaft gründet, hat man halt eine zyprische Gesellschaft, die in Deutschland steuerpflichtig ist und hat steuerlich überhaupt gar nichts geändert. Man hat aber seine Steuer- und Rechtsberatungskosten ganz erheblich durch die Decke getrieben, weil man jetzt fast keinen Berater mehr findet, der sich mit dieser Rechtsform vernünftig auskennt und weiß, welche Verpflichtungen da eventuell noch in Zypern plötzlich beherrschen. Und natürlich ist das ein Steuertipp, da wird leider nur der wichtige Part weggelassen. Und das ist einfach nur so ein Beispiel für ganz viele dieser Gestaltungsmöglichkeiten. Es geht, wenn, und dieses wenn passiert halt nicht. Diese ganzen Einschränkungen, unter welchen Bedingungen das dann irgendwie doch nicht geht und so weiter, die werden dann halt unter Umständen einfach mal weggelassen. Also von dem, was ich bisher gehört habe, ist das, ist alles, was in dem Bereich von Leuten verkauft werden, die keine Steuerberater sind und was mehrere tausend Euro kostet, schon per se unseriös. Also ich glaube, das kann man mal so festhalten. Ich wäre da sehr, sehr, sehr vorsichtig, wenn irgendjemand für ein paar tausend Euro, also meistens haben diese Coaches ja auch kein Content. Das fällt ja dann auch auf. Das sind dann Werbeanzeigen, aber diese Profile sind noch gar nicht richtig gespielt. Sowas, was wir jetzt hier machen, ein Podcast, YouTube-Videos, wo du versuchst, auch kostenloses Wissen zu teilen, machen die dann gar nicht, sondern es sind dann meistens Coaches, die dann immer nur das eine Angebot haben. Das kostet dann 5.000 Euro aufwärts und das Wissen ist so gut, das kann man ja nicht kostenlos rausgeben. Da kann man auch keine Bruchstücke auf YouTube veröffentlichen. Also das ist immer ein Indiz auf einen Scam. Was man aber dazu sagen muss, vielleicht an der kleinen Stelle, wenn ihr, liebe Zuschauer und Zuhörer, Lust habt, ich denke darüber schon häufig nach und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe drei solcher Steuercoachings auch schon gekauft, einfach weil ich neugierig bin, meistens unter einem anderen Namen gekauft, damit ich das auch kaufen darf und so weiter. Das waren jetzt die teuersten, weil es ist echt absurd, wie viel Geld Leute dafür verlangen. Aber wenn ihr Lust habt, mal ein Format zu haben, ich würde dir einfach die Zugänge teilen und dann gibt es in Zukunft mal ein paar Folgen, wo wir mal ganz grob über einzelne exemplarisch drüber schauen. Wir müssen, ob ich den Namen nenne, können wir da noch diskutieren. Aber wenn ihr da mal irgendwas bei euch über den Weg lauft, schreibt es gerne mal. Ich kann das von draußen dann nicht beurteilen. Aber wie du schon sagst, wenn keinerlei Content rausgegeben wird, kann man sich auch nicht angreifen, weil es gibt ja Steuerberater, die schauen sich das durchaus an und wenn da Schwachsinn schon auf der Verkaufsseite behauptet worden, werden würde oder da kostenloser Content ist und der ist inhaltlich einfach falsch, dann kann man das ja hervorragend sofort schon dagegen anarbeiten. Wenn man erstmal 6000 Euro zahlen muss oder noch mehr, um erstmal den Content zu sehen, ja, dann ist das schon mal ein Indikator vor, da hat jemand vielleicht das Geldverdienen und unmoralische Geldverdienen an oberste Priorität gesetzt. Und vielleicht noch ein ganz, und dann kannst du gerne weiter sagen, überhaupt bitte, zahlt niemals tausende Euro für Wissen. Und zwar gibt es ganz einfach einen Tipp und der heißt amazon.de oder talia.de oder was auch immer und sucht nach Büchern. Um einfach, um euch ein Beispiel zu geben, steuern, steuern. Da steht 80% von den Kram drin, den ihr in 5000 Euro Coaching kauft. Das ist geschrieben von einem Steuerberater, es kostet 20 Euro, vielleicht kostet es auch 30 Euro, das ist signifikant weniger. Das Einzige, was anders ist, ihr könnt euch keine Videos anschauen, sondern ihr müsst das halt einfach durchlesen, aber es steht wirklich inhaltlich exakt das Gleiche drin, was in einem Steuercoaching für 5, 6, 7.000 Euro verkauft wird. Ich kenne den persönlich einmal getroffen, also ich kenne ihn nicht, aber einmal persönlich getroffen und so weiter, das ist ein Steuerberater, that's it. Daher gerne das Wissen beziehen. Das ist inhaltlich, qualitativ, eher sogar hochwertiger, weil es von einem sehr erfahrenen, mit Jahrzehnte Erfahrung Berufsträger geschrieben worden ist, der Steuerberater ist, als irgendein Steuercoaching von jemandem, der, wie du sagst, noch nicht mal in der Lage war, seine Social-Media-Profile einzurichten, fertig. Ja, also ich sage mal, dass das, also meine Erfahrung zeigt, dass der Inhalt regelmäßig, ja, zu wünschen übrig lässt. Was die Kollegen halt gut machen, ist das Marketing und wobei, was heißt gut machen, auch da gibt es ja große Unterschiede. Bei manchen denke ich auch, wie kann man sich so irgendwie ins Internet stellen, aber gut, was die wissen ist, die können den Schmerz halt gut triggern und den Schmerz der Mandanten, der kommt aus meiner Sicht daher, dass viele Mandanten mit ihrem Steuerberater unzufrieden sind und das ist auch tatsächlich der ganze Clou. Also wer jetzt irgendwie die Folge hört und will selber Steuercoach werden, kauft euch das Buch für 20 Euro, nehmt es als Videokurs auf, verpackt es für 5000 Euro und jetzt müsst ihr es nur noch schaffen in der Instagram-Werbung, die unzufriedenen Mandanten von Steuerberatern und das werden, glaube ich, relativ viele in Deutschland sein, die einfach passend anzusprechen und was du halt merkst, ist, dass die Steuercoaches das immer auf die gleiche Art und Weise machen, sie sagen, ja, du bist selbstständig, du hast zwar einen Steuerberater, aber du hast nicht das Gefühl, dass du beraten wirst, wenn dich dein Steuerberater oder wenn du mit deinem Steuerberater dann mal sprichst, dann verstehst du es nicht, was der eigentlich von dir will, dann machst du Vorschläge, sagst, wie wäre es denn mit einer GmbH, dann werden die direkt abgewimmelt, also das sind so die Erfahrungen, die viele Leute dann machen, das höre ich tatsächlich auch von Mandanten, die zu meiner Kanzlei wechseln, also ich berate nur eine sehr bestimmte Zielgruppe, sehr fokussiert, aber diese Leute kommen dann auch von anderen Steuerberatern und die sind fast alle unzufrieden, also es ist einfach so, da kann man aber auch den Steuerberatern teilweise nur eingeschränkt die Schuld geben, weil einfach auch die Arbeitsbelastung sehr hoch ist und der Gesetzgeber auch die letzten Jahre wirklich viel getan hat, damit die Steuerberatungskanzleien noch mehr überlastet sind, Stichwort Grundsteuererklärungen, Stichwort Überbrückungshilfen bei Corona-Abrechnungen, also das mag verschiedene Gründe haben und das zu beurteilen kann ich auch nicht, woran das jetzt liegt, aber Fakt ist, viele fühlen sich bei ihren Steuerberatern nicht gut aufgehoben und das ist genau das, was diese Leute in ihren Werbeanzeigen triggern und interessanterweise, wenn du dann die Frage stellst, ja warum seid ihr denn keine Steuerberater, dann machen die so eine umgekehrte Psychologie und sagen, ja wir wollen ja gar keine Steuerberater sein, weil der Steuerberater wird vom Finanzamt ausgebildet, das ist der verlängerte Arm des Finanzamts, Steuergestaltung kommt in der Vorbereitung für die Steuerberaterprüfung nur eine halbe Stunde vor, es sind immer die gleichen Sprüche, der Steuerberater ist der verlängerte Arm des Finanzamts, der will sich auch mit seinem Finanzamt gar nicht anlegen, weil der will ja zu denen einen guten Kontakt haben. Ich möchte ganz an der Stelle einmal sagen, die meisten Steuerberater werden nicht vom Finanzamt ausgebildet, aber du wurdest vom Finanzamt ausgebildet. Ja, da bin ich auch froh drum, ich weiß, wie die andere Seite funktioniert, aber das sagt ja keineswegs dazu aus, dass ich mit dem Finanzamt die ganze Zeit, ja. Genau, das ist ja der Punkt. Es wäre sogar ein Vorteil, und du wirst es bestätigen können, es ist sogar ein großer Vorteil, wenn der Steuerberater, und das sind die wenigsten, vom Finanzamt ausgebildet worden sind, aber die wurden ja ausgebildet und nicht Gehirn gewaschen. Nein, nein, also das ist ja genau das. Also ich bin mir ja dessen bewusst, wenn ich Steuerberater bin, dann vertrete ich die Interessen des Mandanten. Und wenn ich der Auffassung bin, dass zum Beispiel in einem Steuerbescheid irgendwas falsch gelaufen ist, dass eine Regelung verfassungswidrig ist oder was auch immer, dann führe ich darüber einen Gerichtsprozess. Punkt. So, und das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob ich mit dem Finanzamt jetzt, ob ich jetzt die Finanzbeamten, ich meine, ich komme aus Ahrweiler, ja, Finanzamt Ahrweiler, das ist alles sehr, sehr ländlich. Und du siehst die Leute, die beim Finanzamt arbeiten, die triffst du bei jedem Weinfest, bei jeder Aktivität in der Region, da sind immer irgendwo Finanzbeamte. Und ich kenne die ja auch fast alle sehr, sehr gut und verstehe mich auch mit denen auf der persönlichen Ebene gut. Aber das hat auch nichts damit zu tun, dass ich, wenn ich in einem Einzelfall der Meinung bin, hier ist was schief gelaufen, dagegen Einspruch erhebe und notfalls vor das Finanzgericht gehe. Das nimmt mir auch beim Finanzamt keiner übel. Und selbst wenn es so wäre, dann wäre es mir auch egal, weil mein Job ist es, den Mandanten zu vertreten. Aber was sind das für komische Argumente, dass die Steuercoaches sagen, die werden vom Finanzamt ausgebildet und Steuergestaltung war kein Thema. Das mag zum Teil stimmen. Die Steuerberaterprüfung wird von der Finanzverwaltung verfasst und es geht bei der Steuerberaterprüfung darum abzuprüfen, ob du im Stand bist, ein Gesetz anzuwenden oder ein Gesetz auf einen konkreten Fall anzuwenden. Genau darum geht es. Und dass bei der Steuerberatervorbereitung Steuergestaltung eine untergeordnete Rolle spielt, das mag auch durchaus richtig sein. Aber der Punkt ist ja, du hörst ja nicht mit der Steuerberaterprüfung auf, sondern du fängst ja mit der Steuerberaterprüfung auch gerade erst an. Und ich kenne viele Leute, die dann nach der Steuerberaterprüfung sich mit solchen Themen beschäftigen, die sich spezialisieren, die nur Umwandlungen machen, die sich auf Immobilien spezialisieren, auf Gestaltungsmodelle im Immobilienbereich. Also das ist wie mit dem Führerschein. Ja, du darfst dann eben Auto fahren, aber du kannst nach deiner Fahrprüfung trotzdem noch nicht richtig Auto fahren, sondern du lernst es halt im Laufe der Kilometer, die du zurücklegst. Und so ist es mit der Steuerberaterprüfung auch. Du hast gezeigt, dass du ein sehr, sehr fundiertes Fachwissen darüber hast, wie das deutsche Steuerrecht funktioniert, wie die Zusammenhänge sind. Das natürlich jetzt zugunsten der Mandanten so zu kombinieren, dass du interessante Steuergestaltungen bauen kannst, das ist nochmal eine andere Disziplin. Das lernst du tatsächlich in der Steuerberaterprüfungsvorbereitung aus meiner Wahrnehmung nicht so intensiv. Aber das fängt aber eben nach der Prüfung an. Du bist eher dazu geeignet, dieses Wissen dir dann anzueignen, als wenn du in der Lage bist, bei Facebook und Instagram Werbeanzeigen zu schalten. Ja, das kommt ja noch dazu. Es ist ja die Hybris, die Unterstellung, dass jemand, der das Gesetz nicht anwenden kann und der es auch nicht bewiesen hat in der Prüfung, dass er das deutsche Steuersystem wirklich in einem sehr hohen Maß versteht, dass diese Person es sich aber einfacher angeeignet hat, Steuern zu gestalten, als der Steuerberater, der das vorher bewiesen hat. Das ist ja die ganze Unterstellung. Und das ist ja, wenn man das mal wirklich rational analysiert, absoluter Schwachsinn. Also aus meiner Sicht, der einzige Grund, warum sich diese Steuercoachings verkaufen, besteht darin, dass viele Mandanten mit ihrem Steuerberater unzufrieden sind. Und das mag verschiedene Gründe haben. Ich habe eben, als wir noch nicht aufgenommen hatten, hatte ich Melchior noch von jemandem erzählt, auf LinkedIn, da ging es um ein Urteil und da habe ich geschrieben, ja, hätte ja durchaus sein können, dass man es absetzen konnte. Also das Urteil hat gesagt, du kannst einen bestimmten Verlust nicht absetzen. Das war auch aus meiner Sicht in Ordnung. Ich hatte da nur drunter kommentiert, naja, es ist ja zumindest mal nicht so abwegig, darüber nachzudenken, dass man einen Verlust, den man tatsächlich erlitten hat, auch steuermindernd geltend machen kann. Also, dass das Urteil so gefällt wurde, ist sicherlich richtig, aber so abwegig darüber nachzudenken, ist jedenfalls nicht. Und dann postete jemand drunter, ja, das wäre ja noch schöner, wenn man solche Sachen absetzen könnte. Dann habe ich geschrieben, was ist denn mit Ihnen los? Der Verlust ist ja tatsächlich erlitten worden und dann fing er an, ja, wenn man Steuern spart, dann würde man damit den Fiskus bestehlen. Ja, man würde also dann dem Staat etwas wegnehmen. Er hätte mit einer Steuerersparnis weniger Einnahmen, um öffentliche Dinge zu finanzieren. So, und jetzt kann man natürlich solche Sachen vertreten. Ich persönlich meine, dass das absoluter Quatsch ist. Ich meine, dass Steuern ein Eingriff in die Persönlichkeitssphäre des Bürgers ist. Das heißt, der Staat nimmt mit einer Steuer dem Bürger etwas weg. Und in dem Moment, in dem ich steuerlich etwas absetze, nimmt der Staat mir halt ein bisschen weniger weg. Aber ich meine nicht, dass es so wäre, dass der Bürger dem Staat dazu verpflichtet ist, alles zu geben, was er hat. Und dann sagt der Staat, ach, ein paar Sachen darfst du aber behalten. Also, ich meine, diese Logik ist nicht richtig. Ich würde sagen, auch der Grundsatz sollte sein, dir gehört das Geld, was du erwirtschaftet hast, und davon gibst du einen Teil ab. Und der Grundsetup sollte nicht sein, alles gehört dem Staat, teilt dir denn das, was du behalten darfst. So steht es auch im Artikel 14 Grundgesetz. Also, es ist meines Erachtens auch verfassungswidrig, diese Auffassung. Aber das kann man ja von mir aus so denken. Ich verurteile das auch nicht. Aber dann gucke ich in das Profil von dieser Person und sehe, der ist Steuerberater. Da ist mir fast die Kinnlade runtergefallen. Also, jeder, dem ich das erzähle, ist fassungslos. Dieser Mann dürfte meiner Auffassung nach keine Mandanten beraten. Wenn du wirklich denkst, ist, dass Steuern sparen ein Diebstahl am Fiskus sei und du verpflichtest dich gegenüber dem Mandanten zu seinen Gunsten die bestmögliche steuerliche Beratung im Rahmen natürlich der Legalität durchzuführen, wenn das, also das ist ja so ein Widerspruch, der nicht zueinander passt, da kannst du dein Berufspflicht nicht. Ich würde gerade sagen, für Berufspflicht bist du wahrscheinlich in der Politik ganz gut aufgehoben, da dann wahrscheinlich in einem, in einem sehr linken Spektrum. Und da ist es ja durchaus legitim, auch sowas so zu sehen und zu fordern, wie du sagst. Grundgesetz im Zweifel dann nicht mehr ganz. Aber ja, als Steuerberater ein bisschen Beruf verfehlt. Beruf verfehlt so. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du dann bei so einem Steuerberater-Mandanten bist und fragst, ja, kann ich denn mit einer GmbH-Steuern sparen? Das würde vielleicht in deinem Fall sogar Sinn machen. Aber der Steuerberater hat vielleicht gar keinen Bock drauf, weil er eine andere Gesinnung hat. Oder du hast vielleicht einen Steuerberater, der einfach noch, also der sich einfach mit Umwandlung von einem Einzelunternehmen in der GmbH nicht auskennt und deswegen den Mandanten davon abrät, weil er keine Lust hat, das zu machen. Und sowas passiert, glaube ich, in Deutschland immer mal wieder. Wenn du solche Steuerberater hast und die können das nicht genau begründen, warum eine Gestaltung keinen wirklichen Sinn in deinem Fall macht, dann, glaube ich, kommt beim Mandanten so eine Unzufriedenheit auf, dass er sagt, ich habe das Gefühl, der arbeitet mehr fürs Finanzamt als für mich. Und das ist tatsächlich, das hat nichts mit mangelndem Wissen zu tun, das hat auch nichts mit Inkompetenz zu tun, das hat nur was damit zu tun, wie gut sich Steuerberater gegenüber ihren Mandanten ausdrücken können, wie gut sie erklären können, warum eine Sache Sinn macht oder nicht Sinn macht. Und ich glaube tatsächlich, ist es so, wie du sagst, in dem Bereich hat die Steuerberatende Branche in Deutschland einen gewissen Nachholbedarf. Ich glaube, dass das ein gewisses Kommunikationsproblem zwischen Mandanten und Steuerberater sein mag. nur die Lösung davon ist nicht, dass ich zu einem Steuercoach oder zu einem Guru renne, der mir irgendwelche komischen Gestaltungsmodelle für teuer Geld mich darüber informiert, es aber nicht umsetzen kann, sondern die Lösung ist dann, sich einen neuen Steuerberater zu suchen, der besser ist, als der, den man vorher hat. Das ist aus meiner Sicht die Lösung. Einfach den Steuerberater zu wechseln und deswegen aber nicht versuchen, es selber zu machen, weil es gibt Bereiche, in denen macht es einfach keinen Sinn, als Unternehmer und als Selbstständiger sich das Wissen selbst anzueignen und es dann auch selbst umsetzen zu wollen und ich glaube, dass das Steuerrecht das ist. Ich glaube, es ist gut, sich mit den Themen zu beschäftigen. Ich glaube, es ist gut, dass du eine gewisse Grundahnung hast, weil du musst als Selbstständiger, als Unternehmer immer von vielen Themen Grundahnung haben. Du musst auch von Marketingahnung haben, du musst von Vertriebahnung haben, du musst von deinem Produktahnung haben, du solltest von Steuern, von Juristerei, von all diesen Sachen solltest du eine Grundahnung haben. Wenn es dann aber darum geht, eine komplizierte Gestaltung umzusetzen und mit dem Notar irgendwelche Verträge abzustimmen und solche Dinge zu tun, dann würde ich sagen, macht durchaus auch einen Steuerberater Sinn. Also sich was anzueignen ist nicht verkehrt. Definitiv sollte man meines Erachtens auch tun, hilft dir besser abschätzen zu können, ob der Steuerberater seinen Job gut macht, hilft dir auch besser abzuschätzen, was die Folgen sind, aber die Lösung ist auf keinen Fall zu irgendeinem Steuercoach zu gehen, der dir das nicht umsetzen kann, sondern die Lösung, wenn du mit deinem Steuerberater einfach nicht gut zurechtkommst, kommunikativ, ist sich einen neuen Steuerberater zu suchen. Ich wusste, dass ich diese Folge mag. Die Emotionen sind definitiv da bei dem Thema und genau, vielleicht von meiner Seite noch einmal zwei Ergänzungen oder auch meine Sichtweise. Das eine ist wirklich, wie du sagst, informiert zu sein, ist extrem wichtig. Es ist auch, egal welchen Steuerberater, egal welchen Berater man hat, wie du sagst, ist es in jedem Bereich so. Man muss selbst in der Lage sein, mit dem Berater zu sprechen, man muss nicht alles wissen, man muss aber in der Lage so ganz grundsätzlich zu verstehen, worum geht es hier eigentlich. Das ist auch ehrlicherweise immer das Konzept von allen meinen YouTube-Videos, das ist auch Konzept von diesem Podcast. Wir beraten ja jetzt niemanden so und so, jetzt Beispiel letzte Folge, du Hörer musst jetzt deinen Firmenwagen so anschaffen. Wäre ja auch voll Quatsch, weil wir die Rahmenbedingungen und die Lebenswirklichkeit nicht kennen, aber die Grundszenarien und Grundmechanismen vom deutschen Steuerrecht und Buchhaltung und so weiter zu verstehen, das ist einfach extrem wichtig und stellt sich nur immer auch die Frage, weil ich auch immer wieder höre, das ist ja zu viel Arbeit, das ist kompliziert, dafür habe ich ja einen Steuerberater. Ja, aber wer leidet denn darunter, wenn man unter Umständen Dinge nicht wusste, weil man sie nicht wusste oder weil man den Berater nicht darauf aufmerksam gemacht hat, weil der sitzt ja auch nicht Tag und Nacht neben einem und sieht jetzt alle Gedankengänge und Handlungen eines Tages, man muss einen Steuerberater ja auf Dinge auch aufmerksam machen, die einfach in der Realität passieren oder auf die Wünsche aufmerksam machen und kommunizieren, was man vorhat, Strategie und aber dafür muss man erst mal wissen, was ist eigentlich relevant und was nicht und ja, da komme ich gleich dazu, viele Steuerberater sind darin wahnsinnig schlecht in Kommunizieren, also wirklich, ich würde auch das Urteil, du hast noch einigermaßen human gesagt, ich finde die Branche, das ist eine reine Katastrophe, es gibt positive Ausnahmen, aber die große breite Masse der Branche ist unfassbar schlecht darin zu kommunizieren und das ist nicht nur bei Kundenakquise, sondern auch bei laufenden Mandanten so und es gibt zu wenige, das ist auch so, hast du auch gesagt, Arbeitsbelastung, es gibt einfach zu wenige, aber genau, man braucht ein Grundverständnis von den Dingen und das kann, wenn wir alle Emotionen rausnehmen, das kann ein Coaching-Angebot theoretisch bilden, aber das sollte man sich vor Augen halten, das ist keine Beratung, das ist nicht rechtsverbindlich, das ist eine Information, die im Zweifel weniger qualifiziert ist als eine Information, die anders steht, weil alles, was öffentlich ist, kann öffentlich diskutiert werden, ihr könnt bei allen, meinen Videos zum Beispiel, Bewertung, die Bewertung sieht man nicht mehr, gut, ihr könnt die Kommentare sehen und so weiter, das heißt, man kann das öffentlich mehr oder weniger nachprüfen, das ist bei keinen dieser Coachings der Fall, wo ich unbedingt mich jetzt erstmal eintragen muss und dann muss ich mit irgendeinem Vertriebler telefonieren und es ist nur ein Informationsangebot, weil per Definition dürfen die keine Steuerberatung machen, das heißt, es ist ein Informationsangebot, was zumindest den Anschein macht, vielleicht nicht das 100% seriöseste zu sein und dann stellt man sich die Frage, wo kann ich unter Umständen zusätzlich auch Informationen beziehen, die eventuell vielleicht ein bisschen seriöser sind und ein bisschen günstiger sind, ja und dann sind es halt einfach Bücher oder Webseiten, wie viele Steuerberater schreiben auch Artikel auf ihrer Webseite oder tatsächlich auf YouTube und solche Sachen und das ist halt einfach so, das Grundverständnis und Steuerwissen ist halt einfach kostenlos, wir sind jetzt auch nicht der einzige Podcast von Steuerhanseln, es gibt auch ein paar andere, ja sind viele nicht gut darin zu kommunizieren, sind aber dann doch schon, ich brauche ja auch ein Thema nicht von 20 Steuerberatern erklärt zu bekommen, sondern es reicht ja einer, der vernünftigen Konten ins Internet gestellt hat und was ich dann verstehen kann und nichts anderes ist ein Coaching, das ist ein Informationsangebot und da steht Preis-Leistung halt in keinster Weise im Verhältnis, weil man all den ganzen Kram auch sehr viel günstiger oder sogar kostenlos im Internet findet, wirklich mein Appell ist wirklich, wenn sich jemand selber informieren möchte, kauft euch Bücher, da hat jemand sehr viel drüber nachgedacht, hat es geschrieben, kostet 20, 30 Euro, egal welches Buch eigentlich in dem Bereich, guckt euch an, wer ist eigentlich der Autor, will der nach diesem Buch jetzt ein 5000 Euro Coaching verkaufen oder ist es halt einfach jemand, der sich das mal von der Seele schreiben wollte oder tatsächlich sogar ein Steuerberater ist, der anschließend auch für die Umsetzung gerade steht, das ist der eine Punkt, der ganze Part und tatsächlich, ja, die Steuerberater, du hast gesagt, ein bisschen Nachholbedarf, ich finde es desaströs, wie viele Steuerberater und dein Beispiel, das ist jetzt ein, ja, es ist ein Beispiel, aber es ist ja, also, das ist ein sehr flächendeckender Eindruck von ganz, ganz, ganz vielen Unternehmen und Selbstständigen, dass die Steuerberater vielleicht einfach nur ihren Job machen, ohne aktiv mitzudenken und mitzugehen und so weiter, aber auch da, was ist die Lösung, rumzumeckern, einfach nichts zu machen, den Kopf in den Sand zu stecken, Steuercoaching zu kaufen, alles schlechte Reaktion darauf und ja, natürlich gibt es schlechte Dienstleister, es gibt auch schlechten Stromanbieter und Internetkabelverbieter und Marketingberater, es gibt überall schlechte Menschen, also, sachlich schlechte Menschen, ich möchte denen ihre Menschlichkeit nicht absprechen, aber es gibt überall schlechte Dienstleister und es gibt überall unprofessionelles Handeln und ja, vielleicht gibt es auch, ich will mal sagen, schlechte Berater unter Steuerberatern, relativ viele, weil die ständig, oder es gibt genug Leute, die gerne mal den Fokus verlieren von, was will eigentlich mein Kunde, also mein Mandant, aber die einzige Reaktion muss sein, such halt einen richtigen, such halt einen guten, so und um überhaupt das einschätzen zu können, ist der gut oder ist der schlecht, dafür braucht man dann wiederum so ein bisschen das Vorwissen, wo man sich informieren sollte und da bleibe ich bei kostenlose Quellen im Internet oder halt Bücher, aber ein Steuercoaching, ich weiß nicht, wie man beim Steuercoaching landen kann, mit welcher rationalen Überlegung kann man sich dafür entscheiden, Steuercoaching ist jetzt eine sinnvolle Investition, da muss ich sagen, da ist mir jetzt in den fast 15 Jahren, die ich in der Branche unterwegs bin, noch kein Grund eingefallen. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Fantastisch. Deswegen, ich weiß, dass das Thema groß ist und wir werden es auch an einer anderen Stelle auch würde ich super gerne mit dir fortführen und zwar das ganze Thema Steuersoftware, weil Steuercoaches sehe ich manchmal auch im Rahmen eines Softwareproduktes, die nichts anderes als Produktupdates machen und so weiter, auch da wiederum, Steuerberater darf euch inhaltlich 1 zu 1 beraten, Softwarecoaches und so weiter dürfen nur allgemeine Lösungen bieten, das heißt, wir werden das Thema irgendwann nochmal weiter vertiefen, aber hier an dieser Stelle vielen, vielen Dank für deine Zeit, Ken, vielen, vielen Dank für eure Zeit, liebe Hörer und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.